Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ganz kurz eigentlich nur, ich packe ein paar Sachen aus. Neue schöne Päckchen und ich bin gerade hier dabei. Ja... Was ihr hier seht, ist ein Vulkanfächergestell, bestellt bei Stefan Stotz, bei s-stotz.de. Und hier ist noch das ganze Zubehör, wie man das dann zusammenschraubt. Und dazu ein schönes Stativ dazu. Da habe ich zwei Stück bestellt, weil ich die auch für was benutzen kann, was wir hier hinten sehen. Dazu später in anderen Videos wieder mehr. Zu dem Stativ gibt es einen Querträger. Da können dann Dachlatten und Bretter drauf fixiert werden, wo man Frontstücke drauf fixieren kann und auf eine gewisse Höhe machen mit den Stativen. Und eben man kann den Vulkanfächer, wenn man das dann zusammenbaut hier, ebenfalls auf maximal 2,50 Meter hoch stellen. Und dann regnen halt die Funken bis auf den Boden runter. Das ist der Sinn der Sache. Und ja, das werden wir bestimmt diesen Silvester testen. Und ich kann euch sagen, in wenigen Tagen folgt auch die erste Feuerwerksbestellung. Also jetzt noch hier Zubehör und bald Action. So, ich habe das mal zusammengebaut, in diesen Fächer. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Das müsste jetzt natürlich so sein. Hier in diese Zwischenräume kommen die Vulkane. Und je nach Größe der Vulkane schiebt man diese Dinge halt eher weiter hoch, wenn es kleinere sind und ganz runter, wenn es größere Vulkane sind. Ja, wir werden das Ding an Silvester ausprobieren. Da gibt es natürlich ein Video von. Und das Stativ kann man halt eben hier hoch machen. Und dann regnen die Funken wirklich weit runter. Super. So, dann haben wir hier noch ein kleines Päckchen. So viele Aufkleber. Oh, super Tracker. So viele Aufkleber. Und der Pyro Energy. Perfekt für die Silvesterzeit. Made by Enjoy Fireworks. Und von diesem lieben Herrn kommt auch dieses kleine Owaschungspaket. Vielen Dank dafür, Enjoy Fireworks. Ich verlinke dich nochmal in der Beschreibung. Danke für den Energy Drink und die kleinen Geschenke. So, nächstes Stück hier. Dieses schöne Ding kommt vorne. Ihr werdet es gleich erkennen. Mr. Pyro Manager. Wuhu. Was geht ab, liebe Freunde? Hier ist ein neues T-Shirt. Naja. Und ebenfalls ein paar kleine Überraschungen. Hat er sehr schön gemacht. Und ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal umziehen. Yo. Das ist das neue T-Shirt von Mr. Pyro Manager. Und ich habe es ebenfalls. Schreibt Mr. Pyro Manager an. Wenn ihr auch noch Interesse an einem T-Shirt habt. Es gibt sie noch in den Größen M und XL. Also meldet euch bei ihm über Facebook oder YouTube. Dann könnt ihr so eins noch bei ihm bestellen. Und was auch noch frisch eingeflogen ist. Die Open Sky. Druck frisch. Ich bin sehr gespannt, diese mal zu lesen. Schaut es euch an. Open Sky. Das war es mit diesem kurzen kleinen Video. Nochmal vielen Dank an Enjoy Fireworks. An Mr. Pyro Manager. Und natürlich an das Team von Open Sky. Nicht zu vergessen. Stefan Stotz für Feuerhecks Zubehör. Ihr werdet noch mehr davon sehen. Was man alles damit anstellen kann. Schaut unbedingt auf der Homepage vorbei. Ich verlinke euch alle Shops direkt unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne. Macht's gut. Noch ein schönes Wochenende. Und ciao.